Hallo, wir stehen hier auf dem Weg zwischen der Siedlung Stichlinge und der Siedlung Fährfahrt. Hinter mir, oder genau zwischen den Siedlungen, liegt ein Putenstall. Dieser Putenstall sorgt für Geruchsbelästigung und die Bürger aus den Siedlungen sind auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir dagegen nicht was machen können. Und eins schicken wir ganz klar vorweg, dies ist Privatbesitz und der Landwirt war eher hier als die Siedlung. Und es geht nur im Einvernehmen mit dem Besitzer und eben der Gemeinde, ob man eine Lösung findet, dass wir diese Geruchsbelästigung verhindern können oder eine Auslagung des Stalls, ob das möglich ist. Und hier bitten wir die Gemeinde, auf dem Landwirt zuzugehen und dafür zu sorgen, dass dieser Putenstall vielleicht an anderer Stelle neu errichtet werden kann.